Literaturstunde Was will ich wirklich? Ganz ergriffen von meinen tiefen Gedanken schiebe ich die Lernkarten für Französisch, für Spanisch, für Englisch, Ungarisch und Russisch und natürlich auch für die deutsche Sprache beiseite und falte meine Hände vor mir auf den Tisch. Mein Lehrer, der Gymnasialprofessor Georg Friedrich Daumer, ist immer seltener während meiner Studien hier in seiner wohnlichen Hausbibliothek mit Kamin bei mir. Warm ist es hier. Ich habe soeben gemeinsam mit ihm gefrühstückt. Da hat er sich auch schon wieder verabschiedet, sein Brot hastig gegessen, die Ledermappe gegriffen und gesagt, sein Sekretär käme und die beiden hätten etwas Wichtiges zu erledigen. Die Köchin nickte. Ich tupfte mir mit meiner Serviette den Mund und als sich unsere Blicke trafen, hob sie die Augenbrauen und begann den Tisch aufzuräumen. Nimm's ihm nett bös, sagte sie mit ihrem herzhaften fränkischen Dialekt, den ich nie herausbringe. Sie hat genau gesehen, dass ich gern gehabt hätte, wenn er da geblieben wäre, bei mir, seinem Zögling und seinem Studienobjekt. Ja, Marie, Sie haben recht, entgegne ich. Marie heißt die Köchin. Nun sitze ich hier in der Bibliothek allein. Schön ist es hier. Die Wände sind rot, die Stühle sind aus lackiertem, geschwungenem Holz mit tannengrünen Sandpolstern, die Tischlein fein gearbeitet aus edlem Wurzelholz, farblos lackiert, damit man die interessante Wurzelstruktur des Holzes an der Oberseite der kleinen Tischplatte sehen kann, bewundern kann, sich darin verlieren kann. Ich verliere mich immer darin und komme ins Nachdenken, ins Grübeln. Das Wurzelholz hat weder Symmetrie noch Anfang, Ende oder irgendeine Richtung. Es ist nur magisch, mysteriös, wirkt verwunschen und verworren auf mich. Undurchdringlich ist es und voller Fragen, orientierungslos, richtungslos, wie mein Leben. Verwirrt und erschöpft vom vielen Lernen, Konjugieren, Deklinieren, Schönschreiben, an das ich meine Hand noch nicht so recht gewöhnen will. Mit rechts geht es eine Weile, mit links habe ich es auch probiert und zunächst kläglich versagt, gönne ich mir einen Blick aus dem Fenster. Sommer ist jetzt und die Wolken werden vom Wind getrieben, ebenso wie ich hier von den Menschen und deren Lüsten, Gelüsten und Gier, Grausamkeiten und Gönnertum, Gewalt und Gnade getrieben werde. Doch was will ich, ich der Findling Nürnbergs, wohl der Einzige, denn erdgeschichtlich hat noch kein Glitscher hier an der Pegnitz einen Findling hinterlassen. Jedenfalls keinen, den ich kenne. Dafür kenne ich die Pegnitz. Sie ist mein Fluss, meine einzige Freundin, die mir treu ist, die mich nie verlässt. Professor Daumer verlässt mich immer öfter. Zunächst war es ihm wohl lieb, die Achtung des Rates von Nürnberg zu bekommen, Aufmerksamkeit, Ehren und all dies. Nun bemerkt er wohl, dass ich ihm zur Last werde. Er sieht mich oft seltsam an und sein Blick weicht mir aus. Ich kann nicht an mich halten, wenn seine Stimme unsicher wird. Wollen auch Sie mich wieder loswerden? Will es aus mir herausbrüllen. Doch bevor ich ihn nachher verliere, weil ich selbst unartig gewesen bin, bin ich still, greife nur zur Teekanne, deren Goldverzierung in der Sonne blinkt, und frage ihn meinerseits lächelnd und mit sicherer Stimme, möchten Sie noch etwas Tee? Er wird mich abschieben. Auch er. Er wird einen Grund finden. Er finden. Ich sehe es in seinem Gesicht. Da steht es nämlich in deutlichen Lettern geschrieben, und die kann ich allemal lesen. Das konnte ich schon ausgezeichnet, bevor ich Deutsch, Englisch oder Französisch lesen oder gar schreiben kann. Studieren tun sie mich bloß alle wie ein seltenes, unbekanntes Tier, das einer von einer Reise aus Übersee mitbringt. Sie vermessen mich, biologisch wie auch geodätisch, wer ich bin, wie meine Zähne sind, wie meine Physiognomie ist und wo die herkommen mag, woher ich stamme, genealogisch. Auch meine Mundart hören sie genau an. Worte muss ich aussprechen, immer wieder langsam, dann schneller, und immer gibt's Notizen dazu, in kleinen Heftchen Augenbrauen heben, stummes Nicken, dann ein dümmliches Grinsen auf dem gierigen Gesicht. Sie bestimmen überhaupt alles an mir, wie Botaniker, wie Zoologen, bestimmen Alter, Größe, Geschlecht, Hautfarbe, Augenfarbe. Herrgott, ich bin noch seltenes Quicks. Sie grabschen meine Arme und Beine, messen das Ebenmaß meiner Gliedmaßen. Ärzte, Forscher und andere Leute, die ihre Übergriffigkeiten mit ihren Ämtern und Absichtigen zu rechtfertigen versuchen, betatschen meinen Rücken. Ob ich denn einen Buckel hätte, eine Skoliose, ein Hohlkreuz gar? Manche sprechen sogar mit mir, aber für sie bin und bleibe ich der Gaudi, das Kuriosum. Fehlt noch, dass sie mich ausstellen und Eintritt nehmen oder auf den Plärrer Pfeil bieten. An dem Zustand sind wir nah dran. Keiner kümmert sich um mein Wesen. Wie ein Gürteltier wollen sie mich erfüllen, erforschen, wiegen. Doch anhand der vielen Oberflächlichkeiten bringt keiner durch zu seinem Wesen, dem Wesen des Gürteltiers. Was ist das Wesen des Gürteltiers? Zunächst einmal ist es ein Tier, von dem der Herr Professor ein hellbraun gerahmtes Bild in seinem Studienzimmer hängen hat. Noch so viele Sprachversuche, Mundartstudien, Schriftanalysen können Sie von mir kriegen. Was Sie dabei nicht zu fassen bekommen, ist mein Wesen. Das Wesen des Kaspar Hauser. Was ist mein Wesen? Nun, wo Daumer nicht da ist und ich wieder allein in seiner Bibliothek sitze, da könnte ich natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen und meine eigenen Studien anstellen. Studien über eine geheime Schrift, die ich in Daumers Schrank gefunden habe, über einen kleinen Aufsatz, der in einem unscheinbaren Heftchen steht. Hm, Friedrich Feuerbach hat es geschrieben. Er interessiert sich persönlich für Sanskrit, die älteste heilige Schrift, sagt Daumer. Einmal, als ich ihn fragte, ob ich in seiner Abwesenheit auch in andere Bücher als unsere Studienwerke schauen dürfe, da strahlte er und rief, Oh ja, schau nur ruhig hinein, betrachte all diese Bücher als deine Studienwerke. Na, das war vor einigen Wochen, als ich noch neu bei ihm war. Speziell diesen kleinen Aufsatz von Friedrich Feuerbach hat er nun nicht gemeint, aber da er alles von mir weiß, warum soll ich seine Worte über die Bücher dann nicht wörtlich nehmen? Ein Heft ist schließlich auch ein kleines Buch. Und ich verstehe mich gut mit Friedrich. Er ist sechs Jahre älter als ich. Wir haben uns schon einige Male über diese Schrift unterhalten. Du kannst es lesen. Frag mich ruhig, wenn etwas unklar ist. Das hatte Friedrich mir gesagt. Daumer kommt zurück. Soll ich das Heft schnell zurückstecken? An den Ort im Regal, wo ich es hergenommen habe? Nein, ich bin mutig und bleibe ruhig sitzen. Zu Beginn meiner Ankunft hier bin ich stets aufgesprungen, habe ihn bedienen wollen, wenn er reinkam. Das war nicht nötig, hatte er nur kalt erklärt. Vielleicht, vielleicht weiß er gar nicht, dass ich ihn, in ihm so etwas wie einen Vater und in seiner Bekannten, Frau Rose, so etwas wie eine Mutter suche. Immer beneide ich Kinder, wenn wir an der Hand ihrer Eltern durch Nürnberg ziehen. Solch eine Kindheit hätte ich auch gern gehabt. An der Hand meiner Eltern zu wissen, wo ich hingehöre. Zu wissen, woher ich komme, das könnte ich gern. Na, fleißig, begrüßt mich der Herr Professor und hängt das Jackett an einen Kleiderhaken. Dann schaut er auf das Heft. Freili, ruf ich. Ah, das hast du, aha, entfährt es ihm und ich erkenne eine Art Erschrockenheit in seinem Antwitz, die nur einen Sekundenbruchteil dauert, die mir jedoch nicht entgangen ist. Ja, übrigens, Sanskrit, das erinnert mich an Sanskrit, Zusammenschrift und an das Wort Schrift und an Écrire für Französisch schreiben und an La Escritura, Spanisch für die Schrift, aber auch an Sante Escritur, Heilige Schrift. Und mir ist, als hätte ich das schon mal früher gesehen. Ich meine, viel früher. Vor vielen hundert Jahren. Wie oft kommen wir eigentlich diese Erde besuchen, Herr Professor? Ich meine, wenn es wirklich nur ein einziges Mal ist, dann bin ich echt angeschissen. Ja, ist doch so. Alle Horn anheim, alle Familien mit den festen Wohnungen und so. Bloß ich bin der Dammische, der immer nur so lang geduldet ist, bis die Leute merken, dass in dem Wunder noch ein Mensch drinsteckt. Und wenn der Mensch ihnen dann lästig wird, dann werde ich weitergereicht. Manchmal auf mehr, manchmal auf weniger freundliche Art. Ich müsste mein eigenes Geld und eigene Wohnung haben. Was meinen Sie, Herr Professor? Herr Professor Daumer ist leicht irritiert. Er sagt, ich wechsle zu schnell die Themen. Dann deute ich auf das Schriftstück vor uns auf dem Tisch. Es liegt aufgeschlagen da und übersetzt sind manche Worte mit Bleistift notiert am Rand eines ansonsten mit Tinte geschriebenen Textes. Das da, hinter dem Wort Samadhi, da steht Erlösung. Erlösung, aha, überlege ich laut. Und dahinter, bitte helfen Sie mir, das kann ich nicht entziffern. Kaival, Kaivali, Asansa, Saupreis, ärgere ich mich laut, als ich das Wort nicht hinkriege. Den Spruch habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Erst lachen wir gemeinsam. Ich mein derbes Lachen. Dann wird Daumer ernst. Er mag meine deftige Ausdrucksweise manchmal. Aber ich glaube, in Wahrheit fürchtet er sich von mir.